Alles, was du über die richtige Auswahl des Cannabissamen wissen musst und worauf es ankommt. Das erkläre ich dir in diesem Video nach dem Intro. Was geht ab 420s? Ich bin's, euer MMFG und ich grow schon seit sehr, sehr langer Zeit, hab mir alles selber beigebracht und schon viele, viele Kilos geerntet und das möchte ich euch jetzt auf den Weg geben. In diesem Video möchten wir die richtige Samenwahl treffen und dazu stelle ich mir immer erst eine Frage, wie sind überhaupt die Anbaubedingungen oder die Umgebung, die Temperatur oder das Lichtverhältnis. Das ist alles sehr, sehr wichtig zu wissen, bevor man sich den Samen aussucht und kauft. Aber warum das wichtig ist, das erkläre ich dir jetzt. Wenn du zum Beispiel Indoor growst, hast du einen begrenzten Platz zur Verfügung. Da bietet sich meistens kleine, buschige Pflanzen, sprich die Indica-Wuchsform an. Wenn du Outdoor growst, hast du genug Platz und da kannst du auch locker mal eine Sativa hinstellen, die zwei, drei Meter hoch wird. Zudem kommt noch die Breite an dem Platz. Das ist auch wichtig im Zelt, einmal ein Quadratmeter, bist du nur begrenzt. Da würde ich dir auch empfehlen, nicht zu viele Pflanzen reinzustellen. Natürlich ist auch noch sehr wichtig, wie ist das Klima in dem Zelt oder wie ist das Klima da, wo du wohnst. Die Wetterdaten kannst du dir ja locker rausziehen. In deinem Zelt musst du dann mit einem Hygro und Thermometer nachmessen. Und die Lichtquelle, die ist natürlich auch sehr wichtig. Möchtest du Outdoor mit der Sonne growen oder möchtest du Indoor im Zelt mit einer LED oder NDL growen? Das ist wichtig. Warum? Weil es gibt Sorten, die kommen vielleicht ein bisschen besser klar mit weniger Licht. Es gibt aber auch Sorten, die besser klarkommen mit mehr Licht und so mit mehr Licht auch mehr Erträge abwerfen. Hier kannst du also schon mal im Bohrfeld etwas Gutes dafür tun, wie deine Ernte ausfallen wird. Also welche Art von Samen soll es sein? Indica, Sativa, Hybrid oder Ruderalis? Such dir eine aus. Nach den Bedingungen, die du hast, hast du genug Platz, nimmst du dir eine Sativa oder machst dir mehrere Indica rein. Aber sei immer vorsichtig, lass genug Platz, sonst hast du am Ende das Problem, dass du deine Lampe nicht weiter hochhängen kannst oder du deine Pflanze abknicken musst. Das ist immer scheiße und sollte vermieden werden. Als nächstes sollte man wissen, welche Terpene möchte ich haben oder welche Sorte soll es sein? Das ist wichtig und da solltest du dir auch im Vorfeld Gedanken drüber machen. Google es, es gibt viele Lexikonseiten, die dir genau anzeigen, welche Sorte welche Terpene haben sollten. Und jetzt noch ein wichtiger Tipp, der mir sehr, sehr viel bringt, ist, schau in die Bewertungen bei den Breedern, wie andere Züchter damit klargekommen sind. Ob es Probleme gab, irgendwelche Missbildungen oder Krankheiten oder selbst, wie die Keimrate der Samen ist. Ich persönlich würde auch darauf achten, dass der Breeder ein namenhafter ist und da viele Bewertungen im Internet schon über diesen gibt, die positiv ausfallen. Und dann natürlich die Beschaffung des Samens. Wo kriegt man die Samen her? Es gibt viele Seiten, Internetseiten, die diese anbieten, wie zum Beispiel Royal Queen Seeds, Linda Seeds oder Zamnesia. Hier könnt ihr die bestellen, was auch legal sein wird, ab dem 1.4. Ich weiß, ihr habt euch die Frage gestellt. Irgendwie muss man ja drankommen, deswegen wird das auch legal sein, Freunde. Hier ist auch wichtig, bevor ihr bestellt, bestellt nicht die Samen auf die genaue Anzahl. Nein, es ist nicht immer eine hundertprozentige Keimrate. Das heißt, wenn ihr drei Pflanzen ziehen möchtet, bestellt euch lieber fünf oder sechs Samen. Immer ein paar mehr. Zur Not legt ihr die auf Reserve oder schickt die mir. Also, das sind die Hauptfaktoren. Ich passe doch mal zusammen. Wie viel Platz hast du in deinem Zelt? Anhand dessen kannst du schauen, was für eine Wuchsform du nimmst. Ob bushy klein, groß und dünn oder eine Hybrid, die irgendwie kombiniert ist. Dann ist auf jeden Fall noch wichtig, was hast du für einen Lichtfaktor? Wie stark ist dein Licht? Und natürlich auch wichtig, wie hoch die Temperatur in deiner Anbauumgebung ist. Diese drei Sachen sind die wichtigsten Hauptfaktoren und danach wird aufgebaut. Wenn dir das Video was gebracht hat, dann lass mir doch bitte ein Abo da. Ich würde mich freuen. Und wenn du eine Frage hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Eventuell antworte ich im nächsten Video darauf. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.